Ja, vielen Dank. Und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Dieses Mal werde ich mich nicht nur auf die Biometrie beschränken und auch nicht nur auf Chipkarten-Hacking, sondern diesmal sind es drei Sachen. Und ich habe das mal übertitelt, was leisten moderne Authentifizierungsmaßnahmen beziehungsweise wie kaputt sind sie? Und wir hier anhand der ersten Folie, also eigentlich müsst ihr euch jetzt noch die Musik denken, ich war einfach, ich habe es nicht mehr geschafft, da noch das passende Audio-File mit reinzubauen. Da geht es halt sowohl um Wissen als auch um Haben als auch um Sein. Und als ich die Folie gesucht habe, die erste, kam mir dann irgendwie auch dieses Bild irgendwie bei Google Image Search irgendwie über den Weg. Und das musste einfach irgendwie mit rein. Von daher zeigt, glaube ich, auch ganz gut, was der Vortrag gleich erzählen wird, und zwar, dass irgendwie alles scheiße ist. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also wie gesagt, Biometrie, ein bisschen Passwortsicherheit und ein bisschen RFID, beziehungsweise allgemein so Token-Hacking. Und wir fangen mal so ganz einfach mit den einfachsten Regeln an zum Thema Passworte. Also für euch wahrscheinlich irgendwie alle relativ bekannt, aber ich sage es trotzdem nochmal, irgendwie klebt eure Passworte nicht an die Monitore. machen leider immer noch erstaunlich viele Leute und auch nicht nur so in Firmen oder irgendwie in Einzelbüros, wo es vielleicht noch irgendwie akzeptabel wäre, wenn man das tun würde, sondern zum Beispiel auch irgendwie in großen Fernsehsendern. Das Bild rechts ist von TV5. Das ist ein französischer Fernsehsender. Und sie haben halt irgendwie bei diesem einen Interview den Fehler gemacht, irgendwie im Hintergrund die Passworte für ihr gesamtes Netzwerk irgendwie zu exposen, woraufhin dann irgendwie ein paar angeblich russische Hacker, das ist natürlich irgendwie bei so Hacks irgendwie immer total unklar, was im Endeffekt gewesen ist, den das Netzwerk übernommen haben und halt irgendwie nicht nur halt irgendwie so ein bisschen rumgespielt und Webseiten defaced, sondern tatsächlich so irgendwie wie aus dem Film Hackers bekannt, elf Sender, also die gesamte Senderspektrum von TV5 übernommen haben und für mehrere Stunden einfach mal irgendwie abgeschaltet haben. Und ja, also man sieht schon, was irgendwie so ein kleiner Post-it im Endeffekt irgendwie erreichen beziehungsweise für Auswirkungen haben kann. Deswegen, man kann halt irgendwie noch so gute Passworte haben, wenn man sie sich nicht merken kann, sind sie irgendwie halt nicht wirklich viel wert. Zum Thema schlechte Passworte habe ich die Folie gefunden. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, also kommen mir tatsächlich relativ hoch vor, aber zeigt, glaube ich, ziemlich gut, was das Problem ist, dass halt viele Leute sehr schwache Passworte benutzen und das Problem ist halt, dass nicht nur die Leute dann im Zweifelsfall kompromittiert sind, sondern tatsächlich auch die Rechner und wenn es ein Multi-User-System ist, sind dann halt irgendwie auch alle anderen Benutzer im Zweifelsfall in Gefahr. Und zwar, weil es in der Regel so ist, wenn man halt irgendwie sich erst mal auf diesem Rechner festgesetzt hat, kann man entweder versuchen, irgendwie dort ruht zu werden und dann irgendwie schmeißt man den Sniffer an oder man gräbt sich die MTC-Shadows, also irgendwie eher die Pass-WD in die Shadow beziehungsweise irgendwie halt die Passworte, also die Datei, wo die gehäschten Passworte gespeichert sind und dann schmeißt man diese gehäschten Passworte gegen ein sogenanntes Bootforcer oder gegen Jigsawipper, also halt eine Software, die halt entweder Wörterbuchattacken gegen diese Passworte fährt, also gegen die gehäschten Passwörter oder tatsächlich einfach alle möglichen Neuigkeiten ausprobiert. Hier oben in der obersten Zeile steht irgendwas von 10.000 Attempts die Sekunde. Die Folie ist natürlich schon sehr, sehr alt. Ich habe ein Paper gefunden von 2012, also ist inzwischen auch schon wieder vier Jahre her, wo eine Uni mal 25, also ein GPU-Cluster aus 25 GPUs gemacht hat, also zusammengebaut hat und darauf halt so eine Brutforce-Attacke gefahren hat gegen die NTLM-Hashes, die in Windows benutzt werden und die sind halt irgendwie auf 350 Milliarden Hashes pro Sekunde, also Brutforce-Attempts gekommen und das ist natürlich schon wieder eine ganz andere Größenordnung, also dann dauert halt irgendwie dieses, was halt irgendwie standardmäßig wahrscheinlich die meisten immer noch benutzen oder irgendwie halt so die Regel ist für irgendwie Leute oder für Passwort-Wolts, so acht Zeichen, mindestens ein Lowercase, ein Uppercase, Sonderzeichen und Zahl, was halt hier noch mit 20.000 Jahren angegeben ist. Wenn man halt diesen 25 GPU-Cluster als Grundlage nimmt, dann ist man für so ein Achtzeichen-Passwort bei 5,5 Stunden runter und 25 GPUs ist halt irgendwie heutzutage auch nicht mehr wirklich viel, wenn man irgendwie sich mal Amazon Cloud zum Beispiel anguckt, wo man halt irgendwie einfach mal unglaublich viele GPUs oder irgendwie Prozessoren oder was auch immer sich mieten kann für relativ wenig Geld. Das heißt irgendwie alle Passworte, die halt mit acht Zeichen sind, kann man irgendwie auch tatsächlich nicht mehr als sicher bezeichnen, wenn vorher halt irgendwie die Problematik der, irgendjemand ist auf dem Rechner und da irgendwie greppt sich die Datei, wo die ganzen Hashes drin sind. Das variiert natürlich irgendwie alles so ein bisschen, je nachdem welches Hashing-Verfahren benutzt wird, aber so als Größenordnung kann man sich irgendwie, glaube ich, ausmalen, dass halt acht dann inzwischen auch ein bisschen zu wenig ist. Ja, das waren so die Sachen, wie irgendwie halt jemand hackt den Rechner. Jetzt kommen wir halt wieder so ein bisschen mehr auf die, man muss halt irgendwie in das Büro gehen oder wie auch immer oder in die Nähe zum Beispiel und sich dort die Daten zu besorgen, also die Passworteingaben im Endeffekt. Und da ist das Einfachste, kennt wahrscheinlich auch jeder, hier irgendwie der Keylogger. Also, wenn man halt, also in dem Fall muss man halt irgendwie an diesen Rechner kommen. Gibt's halt irgendwie die Putzfrauen oder irgendwie Putzangestellten, wie auch immer. Gehen halt irgendwie kurz bei den Rechnern vorbei, stecken dieses Device an. Und was das tut ist, also man steckt es zwischen die Tastatur und den Rechner. Was es tut, es besnifft halt irgendwie die gesamte Passwort oder die ganz gesamten Eingaben der Tastatur mit. Und entweder speichert es die oder in den aktuellen Fällen, also es gibt halt inzwischen auch schon Keylogger, die die Sachen dann halt irgendwie so nach Passworten durchsuchen und dann halt irgendwie auf Funkverbindung nach draußen senden, also mit GSM-Modul zum Beispiel. Und da hat man dann halt irgendwie schon ein Problem. Die Gefahr ist relativ groß natürlich, dass man dort dabei erwischt wird. Das heißt, man muss halt irgendwie erstmal irgendwie dieses Gebäude reinkommen, diese Dinge anstecken. Ein bisschen ungefährlicher ist es, wenn Leute Funktastaturen benutzen. Und da hat sich halt irgendwie dieses Microsoft-Keyboard irgendwie besonders negativ hervorgetan. Auch schon vor sechs Jahren hat irgendwie TRS und irgendwie sein Kollege sich da mal herangesetzt und die Hardware Kikiriki gebastelt. Was die halt tut, ist tatsächlich einfach auf der jeweiligen Frequenz, also entweder 27 MHz oder die neueren Modelle, haben dann 2,4 GHz benutzt, einfach mal alles mitzusniffen. Das Problem bei diesen Microsoft-Keyboards war, dass sie halt irgendwie keine ordentliche Krypto gemacht haben, sondern eine X-Ohr-Verschlüsselung. Das heißt, man hatte halt mit relativ einfachen Möglichkeiten oder halt mit relativ geringem Aufwand die Möglichkeit, diese Passworte dann auch irgendwie zu extrahieren und sie dann halt irgendwie weiter zu benutzen. Letztes Jahr hat Herr Kamar das Ganze noch ein bisschen weiterentwickelt und den sogenannten Keysweeper gebaut. Der Keysweeper ist so ein bisschen so eine Kombination aus dem Keylogger mit Funk und dem Funktastaturen-Sniffer. Und zwar ist es halt ein Device, was man einfach in eine USB-Steckdose steckt, halt irgendwo in Reichweite dieses Keyboards. Und mit Reichweite, also das ist halt schon so ein Nebenraum, geht auf jeden Fall noch klar, wenn man da irgendwie kein besonderer Magic mit Antennen macht. Wenn man halt irgendwie noch gute Antennen ranbaut, kann man irgendwie auch ein paar Meter weiter weg sein. Und was dieses Device tut, ist halt tatsächlich einfach die Funkschnittstelle ablauschen und halt irgendwie intern die XOR-Verschlüsselung brechen und dann halt irgendwie die passenden Daten einfach speichern beziehungsweise irgendwie in dem Fall auch per GSM dann irgendwie dahin senden, wo es hinkommt. Aber auch hier muss man halt noch relativ nah dran. Also in der Regel halt so Nachbarraum ist kein Problem. Irgendwie wenn es dann halt irgendwie noch ein paar Meter irgendwie draußen vom Gebäude ist, wird es dann schon langsam schwierig. Allerdings geht das alles auch ein bisschen einfacher. Die Beamer-Qualität ist leider nicht so besonders. Ich hoffe, ihr kennt es trotzdem. Ich weiß nicht, wer es erkannt hat. Es ist irgendwie aus einem relativ alten Film aus Sneakers. Das Verfahren oder irgendwie das Prozedere, was sie hier benutzt haben, um Keyboard-Eingaben abzulauschen, ist halt, sich eine Kamera zu nehmen, sich ins Nachbargebäude zu setzen und halt irgendwie durchs Fenster zu filmen. Irgendwie in den 80ern, als der Film rausgekommen ist, war das irgendwie halt sicherlich noch mit nur teurem Equipment möglich. Heutzutage mit irgendwie HD-Kameras und irgendwie 200-Millimeter-Objektiven kann man da auf jeden Fall deutlich, deutlich weiter weg sein. Ich habe jetzt irgendwie kein Beispiel gefunden, wie weit man weg sein kann, um irgendwie noch sinnvoll Tastatureingaben abzulauschen. Aber hier irgendwie auf der linken Seite mal so ein Beispiel aus der Lockpicking-Szene, wo halt ein Professor in 2008 aus einem Bürogebäude einen Schlüssel, der auf einem Kaffeetisch unten im Hof lag, abgefilmt oder halt ein Foto von gemacht hat und halt irgendwie aus diesen Bildern dann den Schlüssel praktisch nachgefeilt hat. Das war halt irgendwie aus 60 Metern Entfernung mit einem 120er-Objektiv. Und halt die Feinheiten bei diesen Schlüsseln sind halt irgendwie sehr, sehr fein. Das heißt, man kann da auf jeden Fall also locker irgendwie 200 Meter weg sein und kann, wenn man halt Sichtverbindungen hat, tatsächlich noch gute Bilder von der Tastatureingabe machen. Und wie das Bild auf der rechten Seite zeigt, braucht man nicht mal unbedingt direkte Sichtverbindung. Das ist hier aus einem Paper aus 2013, wo die Chinesen, die da relativ aktiv sind bei sowas, mal gezeigt haben, dass man halt irgendwie auch über diverse Reflektionen halt immer noch die Passworteingabe praktisch mit oder beobachten kann. Und hier sehen wir auch ein Beispiel, wo ich mich irgendwie die nächsten paar Slides irgendwie mehr drauf konzentrieren will. Normalerweise denkt man halt bei Passworteingaben halt irgendwie oder dachte man in der Vergangenheit immer so an normale Keyboards, Notebooks. Aber Smartphones sind natürlich irgendwie in letzter Zeit irgendwie ganz groß am Kommen und natürlich irgendwie da auch neben der Biometrie so eins der noch meistbenutzten Methoden, um sich zu authentifizieren. Und also hier haben sie halt, wie gesagt, so eine separat, sieht man leider nicht da hinten, irgendwie in dem dunklen schwarzen Fleck, ist halt jemand, der mit einer Kamera sitzt und ein Foto von der Tastatureingabe macht irgendwie auf dem Telefon. Das heißt Kamera und dann halt irgendwie Reflektion und man guckt auf das Display. Und wo gibt's denn halt irgendwie noch so Kameras? Und man kann sich ja irgendwie vorstellen, wenn man irgendwie an Mobiltelefone denkt, hat natürlich das Telefon selber irgendwie auch eine Kamera eingebaut beziehungsweise in dem Fall sogar zwei Kameras eingebaut. Und die eine Kamera guckt natürlich irgendwie glücklicherweise irgendwie sogar auf das Gesicht. Kommen wir später noch zu, zum Thema Gesichtserkennung. Aber jetzt sind wir ja noch bei Tastatureingaben und wenn wir da mal ein bisschen so CSI-mäßig reinzoomen, sieht man nicht nur das Auge, sondern noch ein bisschen weiter. Das ist leider echt schwäch zu sehen diesmal auf dem Beamer. Aber was man erkennen kann, ist, das Display von dem Mobiltelefon reflektiert praktisch über das Auge auf die Kamera vom Telefon. Und was man dort irgendwie relativ gut erkennen kann, ist, dass das Display von diesem Telefon was man irgendwie noch ganz gut erkennen kann, ist der Daumen, der gerade irgendwie das Passwort eintippt. Und wenn man weiß, was das für ein Telefon ist, dann weiß man halt irgendwie auch, auf welche Tasten die Person gerade irgendwie einhaut. Wir haben den Test mal gemacht, vor zwei Jahren, mit einer 13-Megapixel-Kamera, also Frontkamera. Damals war das halt irgendwie noch so der neueste heiße Scheiß. Inzwischen hat irgendwie, glaube ich, jedes halbwegs gute Telefon, also jedes halbwegs neue Telefon, irgendwie eine Frontkamera, die auf jeden Fall im zweistelligen Megapixel-Bereich ist. Und hier, also wenn man das mal ein bisschen detailliert betrachtet, die Reflektion, die wir irgendwie hier gerade sehen, war halt so ein normaler Abstand, wie man halt irgendwie so eine Pin eintippt. 60 Zentimeter, also 30 Zentimeter zum Telefon, also 60 Zentimeter Gesamtweg. Und die Gesamtbreite von dem Display sind 30 Pixel. Das heißt, bei dieser irgendwie fünf Tasten-Nummern-Block hat man sechs Pixel pro Tastatur. Und wir haben dann irgendwie mal Tests gemacht. Also ein Kollege von mir hat dann irgendwie ein paar Wendermäßig Pins angegeben, hat mir dann irgendwie die Bilder geschickt. und ich hab mal versucht irgendwie rauszufinden, welche Pin er eingetippt hat. Also halt wirklich rein manuell Bilder angucken und gucken, also versuchen zu erraten, welche Taste gedrückt wurde. Und die waren tatsächlich mit 90 Prozent erfolgreich im ersten Versuch. Und praktisch alle, wo halt irgendwie der erste Versuch halt fehlgeschlagen ist, also alle Tasten waren halt irgendwie im zweiten Versuch, also im zweiten Rateversuch erfolgreich. Das heißt irgendwie, das sah halt irgendwie so aus, als wenn es jetzt irgendwie eine 3 wäre, aber in Wirklichkeit wäre es eine 2 gewesen. Das heißt irgendwie spätestens nach zwei Versuchen hat man eigentlich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit das Passwort erraten. Und das Schöne ist, bei so Mobiltelefonen oder irgendwie auch bei allgemeinen Passworteingaben muss man es ja irgendwie auch nicht im ersten Versuch irgendwie richtig machen, sondern man hat ja mindestens irgendwie fünf Versuche oder irgendwie zehn Versuche, bevor sich das Telefon dann irgendwie löscht oder sperrt oder irgendwie halt in längeren Zeitungen man keine Eingaben mehr machen kann. Das heißt, wenn man einfach nur ausreichend viele Möglichkeiten hat oder ausreichend viele Samples aufnimmt, hat man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dann irgendwie früher oder später das passende Passwort oder die passende PIN gefunden. Und es wird natürlich noch besser, wenn halt zum Beispiel Telefone größer wären oder irgendwie so ein iPad zum Beispiel halt mit großem Display. Oder man halt bessere Reflektionseigenschaften hat, wenn er zum Beispiel eine Brille auf hat. Beziehungsweise, wenn man es halt nicht manuell macht, auch hier wieder die Chinesen, die ich vorhin schon erwähnt habe, haben das irgendwie ganze Mal versucht per Software zu machen. Das heißt halt, die haben halt diese Bilder genommen und hat irgendwie nicht von Hand drauf geguckt, sondern irgendwie das mal gegen die Software geworfen. Und sie sind, auch 2013 war das, so weit gekommen, dass sie tatsächlich für bis zu drei Pixel breite Tasten konnten sie halt noch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, auf welche Taste die Person gerade getippt hat. Das heißt irgendwie für dieses Beispiel wären drei Pixel halt eine komplette alphanumerische Tastatur gewesen. Falls die Kameraauflösung mal nicht ausreicht oder man einfach mal ein anderes Verfahren versuchen will, das ist ein Paper von, habe ich nicht aufgeschrieben, ich glaube, das ist ein bisschen älter, 2008 war das, 2010 glaube ich, wo sie tatsächlich auch die Kamera genommen haben, aber jetzt halt nicht die Reflektion im Auge genommen haben, sondern sie haben halt mit der Kamera den Hintergrund beobachtet und je nachdem, auf welche Taste man drückt, kippt das Telefon halt irgendwann leicht. Und sie haben halt irgendwie dann analysiert, wie sich der Hintergrund, also wie sich das Bild vom Hintergrund ändert und konnten daraus dann ermitteln, welche Tasten gedrückt wurden. Und auch hier war sowas wie bei einer Vier-Digit-Pin haben sie für fünf Versuche, also bevor sich das Telefon dann halt irgendwie, bevor es halt irgendwie in einen Stack gekommen ist, wo man halt irgendwie lange warten muss, bevor man den nächsten Versuch eingeben kann, haben sie mit 50 Prozent der Wahrscheinlichkeit irgendwie die Pins erraten. Bei 8-Digit-Pin 20 hat immer noch 45 Prozent. Und auch hier ist es so, dass die Tasten am Rand natürlich irgendwie viel besser sind, weil halt einfach die Bewegung vom Telefon dann irgendwie halt mehr ist und sie es besser dedetieren können. Man kann natürlich irgendwie auch die normale Rückseitenkamera nehmen, hat ja in der Regel höhere Auflösung, das heißt, man könnte auch kleinere Kippwinkel erdetektieren. Das Problem bei der Rückkamera ist halt, dass sie halt in der Regel auf sehr homogene Flächen, also wie zum Beispiel einen Boden oder eine Tischplatte oder sowas, zeigt. Das heißt, da ist relativ schwierig halt, sich markante Punkte zu suchen, um halt damit, ja, also die PIN-Eingabe zu erraten. Hier ist es ja so, also bei den letzten zwei Slides, dass man halt erst mal Zugriff auf die Kamera haben muss, was halt auch nicht so problematisch ist. Also viele Apps zum Beispiel irgendwie auf Android gibt's oder gab's zumindest, als wir dieses Paper geschrieben haben, gab's Apps, die halt Zugriff auf die Kamera gewährt haben, wenn man sie installiert hat. Also zum Beispiel die App unter Android für die Taschenlampe, also wenn man irgendwie hinten die LED anmachen wollte, hat man gleichzeitig immer auch Zugriff auf die Kamera gehabt. Das ist einfach so ein rechte Vergabeproblem. Weiß nicht, ob sie es inzwischen gefixt haben. Auf jeden Fall ist man halt nicht auf die Kamera angewiesen. Und das nächste Beispiel zeigt halt auch hier wieder Motion Detection. Und in dem Fall haben sie halt nicht die Kamera genommen, sondern halt die integrierten Motion Detection-Chips, also halt ein Accelerometer, Gyroskop und den Flip-Sensor. Ähm, und wie man hier auch sehr schön sieht, ähm, unterscheiden sich halt, ähm, die Daten, die man da aufnehmen kann, ähm, relativ markant, je nachdem, welche Taste man drückt. Ähm, und, ähm, 2012, als das Paper geschrieben wurde, woher diese Daten stammen, war's halt noch so, dass tatsächlich, ähm, die Accelerometer-Daten oder Gyroskop-Daten halt komplett, äh, ungeschützt auslesbar waren. Also es gab halt irgendwie keine, ähm, Rest, äh, Restriktionen, um diese, ähm, Daten auszulesen. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, ähm, aber ich vermute mal nicht. Ähm, noch ein bisschen so, ähm, zu den Details von diesem Hack. Ähm, die haben halt eine relativ hohe zeitliche Auflösung, so um die 100 Hertz, ähm, gehabt, wobei halt jedes dieser Tab-Events so zwischen 50 und 200 Millisekunden gedauert hat. Das heißt irgendwie eigentlich eine ausreichend, ähm, große, ähm, ähm, Auflösung, um halt da relativ gut, äh, Daten zu sammeln. Ähm, sie haben halt ein bisschen gefaked. Also was sie gemacht haben, ist, sie haben halt der Person eine App untergeschoben, wo sie halt, ähm, praktisch die Tastatur emuliert haben. Also es war halt so ein Spiel, wo halt derjenige, ähm, auf irgendwelche bunten Bilder draufklicken musste, ähm, die halt an den Stellen waren, wo halt später die Tasten sind. Und haben damit, also praktisch das als Training genommen. Ähm, sie, und haben das dann irgendwie in der Machine Learning Software geworfen. Und das dann praktisch als, ähm, ja, also als Lerndaten. Und dann halt, ähm, im Nachhinein, äh, die Daten verwendet, um halt dann wirklich Passworteingaben zu detektieren. Ähm, hier waren sie so im Durchschnitt bei ungefähr 36 Prozent, ähm, für den ersten Versuch, um halt die Tasten zu erkennen. Ähm, auch hier wieder die Randtasten waren halt deutlich besser. Also bei den Randtasten waren es so was wie 88 Prozent, ähm, wo sie halt geschafft haben, äh, also halt, ähm, die halt im ersten Versuch die richtige Taste zu erkennen. Aber auch hier wieder gilt, wie für eigentlich alle Verfahren, die halt irgendwie jetzt noch kommen, ähm, dass man halt irgendwie nicht 100 Prozent, ähm, erreichen muss, um halt irgendwann mal das richtige Passwort zu erraten. Ähm, wenn wir gerade bei, ähm, Gyroskop und Accelerometer gewesen sind, ähm, nächstes anderes Szenario ist, man legt die, das Telefon neben die Tastatur. Ähm, in dem Fall war es ein iPhone 4, also halt irgendwie auch schon, ähm, relativ alt, ähm, dieses Paper, ähm, lag halt irgendwie auf einem Holztisch, fünf Zentimeter neben dem Keyboard. Und ich hab mal, nachdem ich das Paper gelesen hab, ähm, mich mal beobachtet, wo ich mein Telefon so hinlegen, und es liegt tatsächlich in der Regel halt irgendwie wenige Zentimeter neben der Tastatur. Das heißt, das Angriffsszenario ist irgendwie durchaus valide. Ähm, und haben halt mit diesem alten Telefon, also iPhone 4 ist halt tatsächlich, was die Gyroskope und sowas betrifft, halt wirklich schon, ähm, nicht mehr zeitgemäß. Ähm, haben aber immer noch, ähm, 25 Prozent, ähm, richtige Tasten beinahe, also bei dem Keyboard, also beim kompletten 101-Tasten-Keyboard, ähm, erreicht. Und das find ich schon irgendwie relativ erstaunlich. Das heißt irgendwie so einfach, das Telefon, was halt irgendwann mal ne malicious App drauf hat, die halt einfach nur auf Daten zugreift, wo es keine Zugriffsrechte gibt, und dann halt irgendwie mit 25 Prozent, ähm, richtig zu raten, fand ich schon irgendwie erstaunlich. Und es wird natürlich noch, ähm, viel, viel schlimmer, ähm, natürlich mit den neuen Telefonen, also irgendwie in dem iPhone 6 oder 6S oder was auch immer jetzt grad das Neueste ist, ähm, haben sie ja einen separaten, also einen separaten Prozessor, der halt die Gyroskop, ähm, Daten, ähm, ermittelt. Das heißt irgendwie auch die Auflösung ist da deutlich größer. Ähm, beziehungsweise irgendwie halt, ähm, Apple Watch, also Smartwatch, Fitbit, das sind einfach Daten, die man halt irgendwie aufnehmen kann, wo man halt sehr genau auch die Bewegung, ähm, während der Passworteingabe, beziehungsweise während der Eingabe des gesamten Textes irgendwie auch mitloggen kann. Und, ähm, ja, da wird's auf jeden Fall kritisch. Das heißt, wenn ihr solche Sachen benutzt, habt irgendwie immer im Hintergrund, dass man im Zweifelsfall, ähm, eure, euren gesamten Kontext irgendwie mitlesen kann. Ähm, eine andere Möglichkeit, das fand ich ziemlich cool, ähm, da haben sie, äh, nicht die Vibration genommen, beziehungsweise schon die Vibration, aber die Auswirkungen der Vibration irgendwie auf den, auf die Geräuschkulisse. Das heißt, jede Tastatur, also irgendwie nicht nur so Model M's, wo man irgendwie halt schon fast irgendwie automatisch, also fast manuell hören kann, welche Taste da grad gedrückt wurde, sondern wir auch so bei ganz normalen, ähm, Tastaturen und auch, ähm, Notebook-Tastaturen, ähm, konnten sie anhand des Sounds, ähm, rausfinden, ähm, welche Tasten gedrückt wurden und halt irgendwie nicht nur mit einem, ähm, Mikrofon, was halt genau daneben liegt, ähm, sondern zum Beispiel irgendwie auch mit so einem, ähm, ähm, Parabolantennen-Mikrofon, ähm, aus 15 Meter Entfernung, also irgendwie halt auf jeden Fall auch schon eine ganze Ecke weg. Beziehungsweise lustigerweise, ähm, haben sie halt auch Tests gemacht, ähm, über den Frequenzbereich, der notwendig ist und sie sind, ähm, haben rausgefunden, dass tatsächlich auch eine Übertragung über die normale, ähm, analoge Telefonleitung, äh, die Frequenz, das Frequenzrand ausreicht, um halt, äh, die Tastatur noch abzuhören. Das heißt, irgendwie stellt euch vor, jemand ruft euch an, ihr legt irgendwie den Telefonhörer daneben oder habt noch am Ohrtipp, hat euer, euer Passwort und auf der anderen Seite schneidet halt einfach jemand nur die Geräusche mit, die eure Tastatur macht und kann daraus irgendwie die, ähm, Tastatureingaben ermitteln. Äh, sie haben ein relativ interessantes, ähm, Verfahren genommen, um halt, ähm, auch wieder mit Machine Learning gute Ergebnisse zu, ähm, erzielen und zwar haben sie halt, ähm, so Testdaten genommen. Das heißt, sie haben halt, ähm, ich glaub, zehn Minuten Test-Sample war's in dem Fall, wo halt jemand einen normalen englischen Text schreibt. Dann haben sie halt irgendwie anhand der Buchstabenverteilung, ähm, versucht, also die, die Space-Taste ist da sehr wichtig, weil die halt immer einen sehr markanten Punkt macht. Das heißt, du weißt auch immer, wann ein neues Wort anfängt. Haben dann anhand der Buchstabenverteilung und Wortverteilung im Englischen versucht rauszufinden, ähm, welche Tasten jetzt wirklich gedrückt wurden, haben damit das Machine Learning, äh, gefüttert, ähm, und das praktisch als, ähm, Testdaten genommen und damit dann halt tatsächlich, äh, sowas wie 90 Prozent, ähm, Recognition Rate, ähm, erreicht. Ähm, das heißt, ähm, nach zehn Minuten Audio-Sample, also du tippst halt einfach einen Text, da liegt halt irgendwie das Telefon nicht aufgelegt und dann können sie halt mit 90 Prozent, ähm, Wahrscheinlichkeit voraussagen, welche Taste du danach gedrückt hast. Das ist halt schon relativ erschreckend. Ähm, auch noch ein lustiges, ähm, Verfahren, ähm, gab's vor Ewigkeiten mal einen Vortrag auf der PH-Neutral, war das damals, ähm, von Andrea Barisani und Daniele Bianco, ähm, die halt, ähm, Laser-Pointer, beziehungsweise halt irgendwie Lasermikrofone genommen haben und damit die Vibration, ähm, ähm, der Tastatur praktisch abgegriffen haben und zwar halt irgendwie nicht direkt, sondern halt über die Vibration des, ähm, Notebook-Deckels, also sie haben halt irgendwie einfach wirklich einen Standard, ähm, Laser-Pointer genommen irgendwie nur auf dem, in dem Fall hat er irgendwie auf den Apfel da irgendwie raufgerichtet, weil man muss halt relativ gut reflektieren, ähm, und auf der anderen Seite, also da, wo der, der Laserstrahl ankommt, haben sie eine normale, ähm, Infrarot, äh, eine normale, ähm, LED, äh, nicht LED, sondern, ähm, eine Fotodiode einfach nur an den, ähm, Audio-Ausgang gehängt und die Amplitudenschwankungen haben schon ausgereicht, ähm, dass sie, ähm, dort halt relativ gut die Tasten, äh, die Tastenanschläge, ähm, unterscheiden konnten. Ähm, kann man natürlich noch viel, viel, ähm, also um Größenordnung verbessern, wenn man halt, ähm, zum Beispiel Interferometrie benutzt, also irgendwie halt nicht so normale, ähm, Amplituden-Variationen, sondern tatsächlich, ähm, misst welche, also die Phasenverschiebung, das heißt, du kannst viel kleinere Vibrationen, ähm, wahrnehmen, ähm, ähm, und das Ganze kann man natürlich irgendwie auch im Infrarot-Bereich machen, das heißt, irgendwie, dann sieht man irgendwie den Laserpoint irgendwie auch nicht mal. Ähm, und sie haben auf jeden Fall auch, ähm, geclaimt, dass es halt auch durch Glasscheiben geht. Ähm, zum Thema Glasscheiben, also ich bin jetzt mit, mit dem, mit den Passwort-Sachen irgendwie durch, hab irgendwie so noch ein Gimmick gefunden, ähm, bei der Suche. Ähm, und hier geht's darum, ähm, anhand von Vibrationen, ähm, Sound zu rekonstruieren. Ähm, in dem Fall war es eine, also eine Highspeed-Kamera genommen, die sie irgendwie auf diese Pflanze gerichtet haben, ähm, und haben anhand der, ähm, Pixel, also der, ähm, Bewegung der, äh, der Pflanze, die halt teilweise, also die Vibration teilweise nur ein Hundertstel der, der Pixel-Auflösung war, aber durch halt über den ganzen Bildschirm halt irgendwie aufaddiert, ähm, haben sie geschafft, äh, daraus den Sound zu rekonstruieren. Äh, jetzt gibt's hier gleich ein Audio-File. Das ist erstmal das Original. Und das ist das, ähm, was sie halt mit einer Kamera aufgenommen haben. Also man kann's auf jeden Fall erkennen. Das halt empfinde ich wirklich gut. Ähm, aber sie haben's tatsächlich irgendwie auch geschafft, ähm, mit halt einem Setup irgendwie, wo sie eine Chipstüte, eine Chipstüte auf dem Boden liegen hatten und da mit einer Kamera raufgeguckt haben, ähm, auch Sprache so weit, ähm, zu erkennen. Also ich würd nicht sagen, man konnte sie tatsächlich erkennen, sondern aber man konnte irgendwie erahnen, was, was geredet wurde. Ähm, das Problem daran ist, dass du halt nur einen relativ geringen Frequenzbereich hast, also halt irgendwie so eine normale Kamera hat halt irgendwie 60 Frames Wiederholrate. Du kannst halt irgendwie also eigentlich nur eine, ähm, Frequenz von, von 60 Hertz oder drunter abbilden. Ähm, eine lustige, ähm, Idee, wo sie halt irgendwie gesagt haben, wir können das irgendwie noch erhöhen, ist der sogenannte Walling-Shutter-Effekt, dass sie halt irgendwie nicht den gesamten Frame genommen haben, sondern praktisch die, ähm, minimale Verschiebung der, der Zeilen, also pro, also wird ja immer zeilenweise abgerastert und halt irgendwie pro Zeile ist es dann halt immer in so einem halben Pixel das Bild verschoben und konnten daraus dann, ähm, die Frequenz, die sie, ähm, abholen konnten, irgendwie verfünffachen. Ähm, also halt mit einer normalen Kamera irgendwie dann so, ähm, 300 Hertz zumindestens. Ähm, mit einer, ähm, High-Speed-Kamera zum Beispiel würde man dann auf jeden Fall auch noch höhere Frequenzbereiche und dann halt sicherlich auch noch, ähm, bessere Ergebnisse erreichen. So. Ähm, das war der Part, äh, zu den Passworten. Ähm, wenn es dazu jetzt keine Fragen gibt, würde ich mich dem zweiten Teil widmen. Ähm, und das ist halt der, ähm, die Authentifizierung mittels Besitz, ähm, und in dem Fall halt irgendwie, äh, Mikrochip oder Chip-basiert oder RFID-basiert, wie auch immer. Ähm, und da ist ja so, dass halt irgendwie viele Sachen halt irgendwie einfach in so, ähm, Chip-Karten, ähm, integriert sind oder RFID-Karten. Ähm, und um halt erst mal an die, ähm, also für die meisten Angriffe muss man tatsächlich irgendwie den, den Chip direkt, ähm, also direkt Zugriff auf den Chip haben. Das heißt, man muss ja irgendwie erst mal an den Chip rankommen. Und da kann man hier irgendwie sehr lustige Sachen machen. Wenn man es einfach in Aceton wirft, dann löst sich dieses Polycarbonat auf und da oben sieht er irgendwie schon mal, äh, ähm, das ist der Chip. Was man mit denen dann macht, ähm, ist, also der ist halt meistens halt irgendwie noch nicht blank, sondern der ist irgendwie noch in Epoxid eingepackt. Das heißt irgendwie, um an den Chip zu kommen, ähm, muss man halt irgendwie dieses Epoxid noch auflösen. Da gibt's irgendwie zwei Verfahren, die, ähm, verbreitet sind. Entweder man nutzt rauchende Salpetersäure, was allerdings irgendwie ziemlich widerlich ist und irgendwie auch, ähm, relativ gefährlich. Ähm, oder, ähm, ähm, Kolophonium, also halt so Flussmittel aus, aus Lötzin ist da relativ gut geeignet. Macht man einfach warm, schmeißt den Chip rein, denn der löst sich, also das Epoxid löst sich aus und man hat im Endeffekt, ähm, den Chip hier so, wie er ist. Ähm, es gibt verschiedene, ähm, Angriffsmethoden halt irgendwie einmal, wo die Bond-Dräte, also hier drüben, keine Maus, doch da, hier drüben sieht man die Bond-Dräte, also es gibt halt entweder Verfahren, die halt komplett invasiv sind, das heißt, wo halt der Chip danach zerstört ist, äh, man aber trotzdem Geheimnisse, ähm, extrahieren kann, ähm, oder, ähm, so semi-invasive, beziehungsweise non-invasive Verfahren, wo der Chip halt weiter betrieben wird und man dann halt irgendwie auf andere Art und Weise versucht, ähm, die Geheimnisse dem Chip zu entlocken. Ähm, und je nachdem, ähm, was man für ein Verfahren anwendet, ähm, kann man halt unterschiedliche, ähm, Keys, also unterschiedliche Geheimnisse irgendwie extrahieren. Ähm, wir fangen jetzt mal irgendwie an mit den, ähm, äh, 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 ähm, äh, Moment, äh, invasiven, ähm, Verfahren. Und, ähm, das Einfachste in dem Fall, ähm, ist tatsächlich der, das ROM-Readout, also halt irgendwie Read-Only-Memory. Ähm, halt viele, ähm, Chip-Karten haben halt irgendwie so die Basics, ähm, in, im ROM gespeichert. Und ROM ist halt nichts anderes als irgendwie halt wirklich hart verdrahtete irgendwie Programm-Code auf dem Chip. Und wenn man halt irgendwie diesen Chip mal irgendwie runterschleift, irgendwie auf die richtige, auf den richtigen Layer, ähm, sieht man tatsächlich irgendwie sowas. Und hier kann man relativ gut sehen, also je nachdem, ob da irgendwie entweder so ein, wo sind wir denn hier, ob da irgendwie jetzt halt hier weiß ist oder hier schwarz ist, heißt es dann irgendwie, dass tatsächlich eine 1 zu 0 gespeichert ist. Das heißt, wenn man irgendwie da, ähm, Bilderkennung raufwirft, kann man tatsächlich auch relativ gut automatisch, ähm, aus diesen, ähm, Chips den ROM-Code auslesen. Ähm, als ich in Darmstadt gearbeitet hab, für kurze Zeit, haben wir das mal mit nem I-Button gemacht. Also tatsächlich gab's dann irgendwie auch Software, hast du irgendwie die Bilder reingeworfen und der hat irgendwie halt bitweise den, den ROM-Readout, äh, den ROM irgendwie ausgelesen. Und wir haben tatsächlich dann irgendwie auch verglichen, das macht irgendwie auch Sinn. Also da gab's dann, ähm, halt den Programm-Code drinne. Ähm, eine andere Möglichkeit, um an den Programm-Code zu kommen, also wenn er halt zum Beispiel nicht im ROM gespeichert ist, ähm, sondern in, ähm, Flash oder sowas, den kann man halt irgendwie nicht so einfach auslesen. Da braucht man dann halt, ähm, andere Möglichkeiten, ähm, und da bietet sich das, ähm, sogenannte Probing an. Das heißt irgendwie, man sucht sich, ähm, Datenleitungen, die halt vom, ähm, vom Speicher kommen und irgendwie in den Prozessor reingehen, ähm, und, ähm, kontaktiert die und hört die praktisch ab, so, ähm, während der Chip halt den Programm-Code, ähm, in den, also aus dem Speicher an den Prozessor reinschiebt, ähm, macht man in der Regel, ähm, oder irgendwie bisher, wie eigentlich üblicherweise, mit irgendwie so Probing-Needles, ist relativ, ähm, fitselig. Ähm, man muss halt erstmal die, ähm, die Passivierungsschicht oben irgendwie wegkriegen, ähm, also entweder halt durch, durch Kratzen halt der Nadel, ähm, oder durch Laserbeschuss, ähm, ähm, macht man dann praktisch den, die obere Schicht weg, und kann dann halt irgendwie mit den Nadeln, irgendwie hier auf der rechten Seite zu sehen, ähm, zumindestens die oberen Datenleitungen kontaktieren, ähm, ein bisschen schwieriger wird es, wenn man halt, ähm, nicht mehr nur die oberen Datenleitungen kontaktieren will, sondern irgendwie welche, die halt weiter unten liegen, ähm, da ist so das, das linke Bild, ähm, dafür gedacht, also, man kann halt es nicht nur mit dem Laser machen, sondern gibt's halt das sogenannte, ähm, Fokus-Einbeam, das ist halt so, dass, ähm, ja, der, der, der feuchte Traum irgendwie jedes Chip-Hackers, wer halt irgendwie so ein Gerät hat, der kann halt tatsächlich irgendwie alles machen, und irgendwie alles machen heißt halt, er kann halt sowohl jedes Material, ähm, schneiden, also er kann halt irgendwie Datenleitungen durchschneiden, er kann sie halt, ähm, rewiren, das heißt irgendwie kann halt einfach durchschneiden, und dann irgendwie wieder leitendes Material auftragen, und halt irgendwie eine Datenleitung mit einer anderen Leitung verbinden, ähm, oder, äh, wie in dem rechten Bild gezeigt, ähm, zum Beispiel, ähm, Fuses setzen, also Fuses sind ja nichts anderes als, ähm, Floating-Gate, ähm, Transistoren, das heißt irgendwie je nachdem, ob halt, ähm, also sind halt Elektronen gespeichert, wenn halt Elektronen gespeichert sind, ist das, der Transistor praktisch durchgeschaltet, ähm, und die Fuse ist gesetzt, ähm, was man mit dem, ähm, ähm, Focused-Einbeam machen kann, ist man, ähm, kommt halt von der Rückseite irgendwie auf diesen, auf diesen jeweiligen Layer, und dann kann man einfach, ähm, hier gesehen, ähm, die Verbindung von links nach rechts, also einfach Leitnismaterial auftragen, und praktisch die beiden, ähm, Gate, also das Source und das Strain irgendwie kurzschließen, und damit praktisch den, die, die Fuse setzen, oder halt irgendwie daneben, ist es halt irgendwie hier wieder weggemacht, und das heißt irgendwie, ist es nicht mehr gesetzt, also ihr seht hier drüben relativ gut, ähm, das Helle heißt halt immer, dass da Elektronen, ähm, drinnen sind, ähm, und hier ist halt irgendwie die Verbindung da, das heißt, hier liegt Strom an, irgendwie hier ist die Leitung, und dann deswegen liegt hier drüben auch Strom an, wenn man hier irgendwie das dann durchkattet, liegt halt hier drüben kein Strom mehr an, das ist irgendwie dunkel, das heißt, man kann halt dann tatsächlich, ähm, einzelne, ähm, Fuses setzen, also hier auch, also es war ein, ähm, ein Arm, glaube ich, den wir dann mal genommen haben, irgendwie hier sind so die acht Fuses, und wir haben tatsächlich dann in dem Fib, also er hat erstmal irgendwie ausgelesen, Fuses waren gesetzt, haben wir ein bisschen an diesem Fib rumgedoktert, und dann waren sie halt plötzlich nicht mehr gesetzt, und wir konnten halt den Speicher irgendwie auslesen, weil halt die Readout-Fuse dann irgendwie zurückgesetzt wurde. Ähm, diese Focus-Ein-Beams sind halt leider relativ teuer, das heißt, irgendwie kann man sich nicht wirklich leisten, als, ähm, Arma-Student oder irgendwie, ähm, Forscher. Ähm, es gibt andere Möglichkeiten, äh, wie man Fuses, ähm, zurücksetzen kann, und zwar ist es so, dass die, ähm, Elektronen halt oben, äh, beziehungsweise um Elektronen einzubringen, das kann man mit, ähm, UV-Licht machen, das heißt irgendwie der photoelektrische Effekt funktioniert dann so, ähm, folgendermaßen, dass man halt UV-Licht irgendwie auf dieses, äh, Floating-Gate draufschießt, ähm, und sich dann halt irgendwie in diesem Floating-Gate, äh, Elektronen ansammeln, um halt wieder Source und Drain zu verbinden, das heißt irgendwie, man muss halt, ähm, einfach UV-Licht irgendwie da irgendwie ranbringen, ähm, ähm, meistens hat man, also heutzutage so als Sicherungsmechanismus hat man, ähm, ein Metal-Shield oben drüber, um halt nicht direkt von oben raufleuchten zu können, aber wenn man zum Beispiel so ein bisschen, ähm, schief darauf leuchtet, dann, ähm, wird das UV-Licht reflektiert und trifft irgendwie dann irgendwann doch auf die passenden Fuses. Ähm, ja, eine andere Möglichkeit, also wir haben ja jetzt irgendwie praktisch, ähm, gesagt, wie man, ähm, Speicher beziehungsweise, ähm, Key-Material, ähm, auslösen, äh, auslesen kann, eine andere Möglichkeit, um, ähm, kryptografisch, ähm, also Kryptografie, äh, in, in so einem Chip unterzubringen, ähm, ist der sogenannte, also halt proprietäre Krypto-Algorithmen zu implementieren, das heißt halt, nichts anderes, als dass halt die Hardware, ähm, den Krypto-Algorithmus irgendwie, ähm, implementiert und der Krypto-Algorithmus halt nicht bekannt ist, also halt der einzige Schutz, ähm, gegens Auslesen besteht halt darin, dass halt irgendwie keiner weiß, wie dieser Krypto-Algorithmus aufgebaut ist, ähm, und da haben wir vor, boah, ist auch schon wieder ewig her, uns mal den, ähm, MyFair Classic Chip angeguckt, der immer noch, äh, in relativ vielen, äh, Mensa-Karten zum Beispiel verbaut ist, also irgendwie bei uns in der TU in Berlin, ist der halt irgendwie immer noch im Einsatz, äh, in London, die Oyster-Card irgendwie ist irgendwie noch, ähm, MyFair Classic, ähm, und, ähm, was wir damals gemacht haben, also wir hatten halt irgendwie auch proprietären Krypto-Algorithmus, was wir gemacht haben, ist, ähm, den Chip, der halt irgendwie folgendermaßen aufgebrissen hat, dass halt irgendwie im unteren, im unteren Layer hast du halt irgendwie die Transistoren und die Logikelemente, also sowas wie Flipflops, ähm, und, und XOR und, und Muxen und so weiter, ähm, und halt in den drüberliegenden Layer hast du halt die Verbindung dieser einzelnen Logikelemente und was wir gemacht haben, ist tatsächlich, ähm, jeden einzelnen Layer, ähm, poliert, also bis zu dem Layer, haben dann halt Fotos von diesem Layer gemacht, haben sie zusammengesetzt, ähm, und, ähm, hatten dann praktisch, ähm, den Aufbau von dem Chip, ähm, haben dann, hier auf der rechten Seite zu sehen, aus den unteren beiden Layern, also aus den Transistoren und den darüber verschalteten Logikgattern, ähm, die Funktionen extrahiert, also irgendwie konnten sagen, irgendwie, das hier sieht aus wie ein Flipflop, und das Rote ist irgendwie der, der Eingang vom Flipflop, das Gelbe ist die, die Glock, das Glock-Signal und hier ist der Ausgang, da ist der invertierte Ausgang, ähm, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aus, wenn man da irgendwie so raufguckt, aber tatsächlich, wenn man sich da irgendwie ein bisschen mit beschäftigt, ähm, kriegt man das relativ irgendwie schnell raus, ähm, und das Schöne ist, dass irgendwie auf so einem Chip gibt's halt nicht wirklich viele unterschiedliche Logikgatter, für den MyFair Classic Chip waren's ungefähr so 50 verschiedene, wovon aber auch sehr viele einfach nur so Inverter waren, also irgendwie so die einfachsten Schaltungen, halt einfach für verschiedene Ströme, die sie irgendwie da schalten wollten, ähm, was man dann tut ist, man, ähm, hat halt für diese jeweiligen 50 Einzelgatter, Frage? Okay. Äh, für die jeweilig 50 Einzelgatter muss man halt einmal die Funktion ermitteln und dann, ähm, hat ein Freund von mir irgendwie eine coole Software geschrieben, D-Gate, wo man halt einfach dann irgendwie aus den, ähm, Layern, also irgendwie in dem Layer die einzelnen Gatter irgendwie einmal einzeichnet, das heißt irgendwie, du hast ja irgendwie hier erkannt, das ist ein Flipflop, zeichnet halt ihr einmal irgendwie ein, ähm, also sieht man leider irgendwie jetzt, ist auch nicht gut, kann man nachher nochmal auf meinem Computer zum Beispiel angucken, ähm, und der macht dann halt einfach eine, ähm, Patternrückung, also guckt halt irgendwie, ah, das sieht irgendwie, wurde als Flipflop, ähm, definiert, und guckt dann halt auf der gesamten, ähm, Chipfläche, wo dann halt irgendwie noch die gleichen Strukturen vorhanden sind, und so kann man dann irgendwie automatisch feststellen, irgendwie, das ist nicht nur das eine Flipflop, sondern das Flipflop gibt's halt irgendwie noch 70, irgendwie 80, 90 Mal, ähm, und Flipflops sind halt irgendwie relativ, ähm, wichtig, wenn's, äh, um Implementierung von diesen, ähm, proprietären Krypto-Algorithmen in der Hardware gibt, weil halt das normalerweise in linearen Feedback-Shift-Registern implementiert wird, das heißt irgendwie einfach nur eine Aneinanderreihung von, ähm, Flipflops, Ah, kommt am nächsten Bild, ähm, hier auf der nächsten Seite, ähm, und was man halt dann tun muss, ist ein, 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 wirklich halt nur noch, ähm, zu gucken, wo sind diese Flipflops, und dann halt irgendwie über die verschiedenen, äh, Interconnection-Layer rauszufinden, wie sind diese Flipflops miteinander verschaltet. Ähm, also das heißt irgendwie, man hat halt hier irgendwie unten, da ist jetzt gerade der Ausgang von dem einen Flipflop, uah, ähm, ähm, geht dann halt irgendwie den, den Layer hoch, und sieht dann irgendwie, ah, das ist hier, dann ist das irgendwie einmal hier rüber verbunden, geht dann hier wieder ein Layer runter, ähm, und weiß halt irgendwie, dass halt der eine Flipflop, also der Ausgang von dem einen Flipflop ist mit dem Eingang von dem nächsten Flipflop verbunden, und wenn man halt alles richtig macht, kriegt man halt irgendwie halt diese, ähm, linearen Feedback-Shift-Register irgendwie raus, und, ähm, was man mit den, ähm, Sachen dann macht, also das ist praktisch so der, ähm, die einzige, ähm, Sicherheit, ähm, ähm, die diese, diese Chips innehaben, ähm, kann man dann halt irgendwie wunderbar nachimplementieren, irgendwie in, in Software, und dann snifft man, hat einfach so eine verschlüsselte Kommunikation mit, ähm, und kann dann halt tatsächlich den, den Key rausbrutforcen, also halt was halt bei dem, beim RFID-Chip zum Beispiel nicht geht, weil der halt, ähm, also den kann man nicht brutforcen, weil man halt irgendwie pro, Passwortabfrage oder pro, ähm, Keyabfrage dann irgendwie mal 100 Millisekunden, also eine relativ große Zeitspanne hat, also weil er einfach relativ gering getaktet ist, wenn man allerdings halt weiß, wie der, ähm, Algorithmus, ähm, aussieht, um diese, ähm, Verschlüsselung zu berechnen, kann man ihn halt irgendwie auf einem guten PC nachimplementieren, äh, und dann halt innerhalb von Sekunden, also im Endeffekt war es dann so, dass man es wirklich, äh, in Real-Time, du sniffst halt irgendwie die verschlüsselte Kommunikation mit, und der schmeißt ja halt im Endeffekt irgendwie den Key raus, der da gerade für diese Kommunikation benutzt wurde. Ja. Kannst du nochmal wiederholen, kurz? Die beste ist zerstörungsfrei, die als zerstörungsfrei? Ähm, nee, also das war tatsächlich nicht zerstörungsfrei, ähm, das ist halt irgendwie die, ähm, also die invasive Methode, also der Chip ist danach kaputt, ähm, aber, ähm, ist halt nicht wichtig, weil du halt irgendwie nur einmal den Chip kaputt machen musst, weißt dann halt irgendwie, wie der Algorithmus funktioniert, und, ähm, kannst du die nachher einfach nachimplementieren. Ähm, genau, also das waren so die, ähm, Hardcore, ähm, Chip-Reverse-Engineering-Techniken, ähm, kommen wir nochmal zu, ähm, zwei eher etwas, ähm, einfacheren Methoden, äh, die sogenannte, ja. Ich möchte eben nochmal sagen, deine Bilder waren, glaube ich, Elektron-Raster-Mischlussung, in all die, beziehungsweise auch das Folieren, in welchem Preis haben sich solche Angriffe überhaupt bewegen? also die Frage war irgendwie, welcher Preisrahmen das ist, das hängt sehr stark davon ab, ähm, welche, ähm, Strukturweiten, also wie modern die Chips sind, also der, der MyFair Classic Chips, den wir damals aufgemacht haben, war, glaube ich, äh, Anfang 2000er, irgendwie so 2003, 2004 oder sowas, ähm, und das habe ich tatsächlich, ähm, also hätte man tatsächlich in der Küche machen können, also es war halt irgendwie, also ich habe einen so Steckerpolier-Hardware benutzt, irgendwie den Chip einfach auf so einen Stecker geklebt und dann von Hand poliert, ähm, und mit einem normalen optischen Mikroskop, die, die Aufnahmen gemacht, also da bist du halt irgendwie mit wenigen tausend Euro auf jeden Fall dabei, also eher so im hundert Euro, mehrere hundert Euro Bereich, ähm, wenn die Strukturweiten kleiner werden, kommt halt, ähm, da reicht es halt nicht mehr optische Mikroskope zu haben, sondern man muss halt irgendwie wirklich ein Elektron-Mikroskop haben und da wird es natürlich irgendwie dann auch teurer, also, äh, wir im CCCB haben ein Elektron-Mikroskop zu stehen, zufälligerweise, ähm, aber tatsächlich, ähm, also jede bessere Uni oder Fachhochschule hat irgendwie eins und man kann das irgendwie auch mieten für irgendwie Stundenbasis, ähm, das heißt, es bewegt sich alles noch im überschaubaren Rahmen. Ist natürlich irgendwie relativ viel Aufwand, also du musst halt irgendwie das polieren, es dauert halt alles ewig, die Bilder machen dauert ewig, aber es ist auf jeden Fall finanziell, also sagen wir so bis 2005, 2006 vielleicht, also halt so die alten Chips kann man auf jeden Fall irgendwie auch noch selber machen. Ähm. Das ist eine Technik, die einfach, äh, äh, in Industrie-Zeitalter durchaus benutzt wird, um Marktbegleiter oder um in den Momenten einfach auszuladen. Also es gibt, es gibt sogar Firmen, also irgendwie, ähm, nicht nur in China, sondern irgendwie auch in Deutschland, wo du einfach irgendwie ein Chip hinschicken kannst und die, die layern dir den dann, machen Bilder und schicken dir halt irgendwie die Bilder oder im Idealfall irgendwie, wenn du die richtige chinesische Firma findest, irgendwie die, die, die Netzliste, also den kompletten Schaltplan zurück, wo du mit dann irgendwie dann das, ähm, simulieren kannst. Ja, ähm, jetzt halt noch mal, noch mal zu, ähm, den nicht-invasiven Verfahren. Also wenn man halt, ähm, tatsächlich nicht den Chip kaputt machen will, ähm, gibt's die sogenannte Replay-Attacke. Irgendwie kennen wahrscheinlich die meisten von euch auch. Das heißt, man snifft hat irgendwie einmal einen Authentifizierungsvorgang mit und spielt den dann ab. Ähm, das Video hab ich von irgendwie Henrik gekriegt. Der hat irgendwie, also Henrik Plötz, ähm, auf dem 28, 26 C3, glaub ich, irgendwie für einen Vortrag gehalten. Das fand ich ziemlich cool, weil er halt irgendwie auch so mit einfachsten Hacker-Methoden, ähm, einen Replayer gebaut hat. Und in dem Fall ist es halt mit einem iPhone. Also er hat irgendwie halt sich so, also ein iPod genommen, hat irgendwie an den, an die Audiobuchse die Antenne ran gelötet und hat damit irgendwie praktisch das, das Audio-Signal, das ist halt irgendwie 125 Kilohertz, ähm, die, das Verfahren, ähm, der, der RFID-Chip, der da eingesetzt wurde. Ähm, hat halt irgendwie einmal, ähm, den, ähm, iPod irgendwie mit der Antenne von der anderen Seite gegen die Tür gehalten, hat gewartet, bis sein Prof irgendwie mit seiner Schließkarte vorbeikam, hat das irgendwie einmal aufgezeichnet, ähm, hat dann irgendwie die Antenne, ähm, also halt irgendwie von Aufzeichnung auf irgendwie Wiedergabe-AM umgestellt und hat dann einfach wirklich tatsächlich das Audiosignal mehr oder weniger auf die Antenne raufgegeben, ähm, und konnte damit, ähm, dann dieses, ähm, Schließverfahren irgendwie überwinden. Ähm, funktioniert halt bei denen, äh, MyFair zum Beispiel irgendwie nicht mehr, weil's halt irgendwie 13 Megahertz ist, das heißt, irgendwie kommst du halt mit dem Audio-Sigal nicht mehr weit, aber es gibt, ähm, inzwischen, es gibt grad einen Kickstarter, äh, von den Bochumern, äh, heißt Chameleon, glaub ich, die halt genau so einen Emulator für, ähm, 13,56 Megahertz, also wer von euch? 30 Jahre startiert, da hat der Doktor, der darauf seine Funktionen geschrieben hat, glaub auch den 29-33-33. Ja. Den haben wir in den Vortrag zu halten, also das Projekt selber Kameleon ist 3, 4 Jahre alt. Genau, aber also die Hardware gibt's halt irgendwie jetzt so in den nächsten paar Monaten, ist es sie fertig, gibt's zu kaufen. Die sind ja schon im Netz, also Open Source, jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit Layout auskennt und ein S-Bug hat, kann das jederzeit nachbauen. Okay. Genau, also irgendwas, irgendwas ist grade mit, also ich hab mir grad eins geklickt, von daher, ähm, ähm, der Kickstarter, stimmt, der Kickstarter, da ist ja der Experte. Er macht aber doppelt so viel. Sehr gut. Und das kann man dann natürlich irgendwie auch, ähm, also nicht nur um sich irgendwie billiges Mensaessen zu schnorren, sondern zum Beispiel auch so, ähm, Skipässe sind natürlich besonders teuer, ähm, das ist halt irgendwie auch alles, ähm, und da hat man's irgendwie auch nur so im, im Ärmel zu stecken oder im Handschuh und dann einfach sniffen und. Genau, die machen jetzt Bilderkennung. Ja, ich weiß. Die arbeiten mit einer Datenbank im Hintergrund. Das heißt auch, wenn ich eine neue Karte hinlege, hab ich durchaus das Problem, wenn eine wenige Karte vor mir durch ist, die Karte zu schluss. Du, ja, du musst. Also, die Karte machen, die komplette Transfer-Session mittlerweile. Also, mal eben irgendwas zu machen, ist zwar möglich, bedeutet aber durchaus, dass man dann die Karte auch dauerhaft verliert. Naja, du verließt ja nicht deine Karte, sondern die Karte, die du klonst. Also, ist natürlich irgendwie auch nicht schön. Also, es hat natürlich irgendwie durchaus hackerethische Implikationen, aber, äh, da hinten war noch eine Frage. Okay. Du? Ja, die Skipässe werden in der Regel für 20 Minuten gesperrt. Okay, also Sebastian sagt gerade irgendwie, die Skipässe werden gesperrt. Aber dann nimmst du dir, dann hast du... Genau, also... Das ist sehr gut. Oder du hast halt, also, das Chamäleon hat irgendwie auch einen gewissen Speicher drauf. Das heißt, du hast einfach irgendwie zehn Karten und wenn halt die erste nicht funktioniert, nimmst du halt irgendwie die zweite. Oder suchst du halt jemanden, der den gleichen Skianzug hat wie du, dass irgendwie auch die Erkennung irgendwie dann noch funktioniert. Äh, da war noch eine Frage. Ja. Ja, also es gibt, es gibt tatsächlich die sogenannte, äh, Magic-Magic-My-Fair-Karten. Ähm, ich hab meine, irgendjemand hat eine mitgehabt. Äh, Linus. Ähm, kann man vielleicht, also wenn jemand Bock hat, dann halt mal ein bisschen rumzuspielen. Ähm, also die tut genau das. Also normalerweise bei, bei so RFI, oder bei, bei Chips ist es so, dass du halt irgendwie eine fest eingebrannte UID hast, die halt pro Karte eindeutig ist. Ähm, und tatsächlich viele Systeme halt einfach nur die UID nehmen, ähm, um halt Authentifizierung zu machen. Aber es gibt halt irgendwie genau so, ähm, clevere Chinesen, die da irgendwie gesagt haben, naja, muss ja nicht. Irgendwie können wir ja irgendwie auch emulierbar machen. Und da gibt's halt irgendwie so Karten, wo du einfach tatsächlich die UID einfach irgendwie überschreiben kannst und, ähm, das Feature auch benutzen. Ähm, so dass, äh, die, ne, ist noch nicht die letzte Folie, aber so dass das, ähm, Highlight, wenn's um, ähm, RFID-Hacking geht, ist die sogenannte Relay-Attacke. Ähm, und da gibt's auch, ähm, nicht wirklich Gegenmaßnahmen für. Also, wie das funktioniert ist, ähm, du hast halt ein zweigestaffeltes System, also du hast einmal den Leser und einmal die Karte, die halt normalerweise in Berührung oder irgendwie in Nähe gebracht werden muss, um halt, ähm, ausgelesen zu werden. Ähm, und, äh, in dem Fall hast du halt, ähm, zwei Angreifer. Der eine Angreifer stellt sich mit ner, ähm, Kartenemulation vor das Lesegerät. Der andere, ähm, Angreifer stellt sich mit ner Lesegerätsemulation vor die Karte. Also, irgendwie sitzt grad jemand in der Mensa und irgendwie isst und irgendwie sein Büro ist leer und die sprechen sich ab. Und dann hast du halt, ähm, genau diese beiden Emulatoren müssen halt dann irgendwie die Daten miteinander, ähm, austauschen. Und du reichst praktisch halt, ähm, eins zu eins die Signale, die halt von der einen Karte kommen und die andere weiter. Ähm, und, äh, wie gesagt, da gibt's eigentlich nicht wirklich ne Möglichkeit, ähm, was man dagegen tun kann. Es gibt so ein paar Ansätze, die halt irgendwie auf Timing, ähm, ähm, achten. Das heißt irgendwie, wenn halt eine zu lange Zeitdifferenz zwischen der Anfrage und der Antwort ist, ähm, aber, also, äh, klär mich auf, wenn ich falsch liege, aber ich glaub, niemand irgendwie hat das wirklich implementiert, weiß dann wie viel zu fehleranfällig ist mit den, ähm, mit den, mit den, mit den Timings. Das heißt, ähm, das ist tatsächlich was, ähm, wo man halt eigentlich nix gegen machen kann. Und man muss halt nicht mehr wirklich den unterliegenden, ähm, die unterliegende Protokoll irgendwie kennen, sondern, ähm, im einfachsten Fall, also, wenn man dann ausreichend große Bandbreite zwischen den beiden Sendern und Empfängern hat, kann man einfach komplett irgendwie einfach samplen und irgendwie alles übertragen und dann, ähm, spielt man es wieder ein. Und da hat man halt verloren. Ja, gibt's hier Autos fertig zu kaufen? Richtig. Also, wie gesagt, irgendwie, man, also, Auto ist dann halt schon mit unterliegenden Protokoll, ähm, also, die wissen halt, welches Protokoll benutzt wird. Das heißt, die können den Datenstrom reduzieren. Deswegen ist irgendwie auch relativ günstig. Ähm, aber irgendwie, wenn man zwei Gnu-Radios hat zum Beispiel und halt eine gute, ähm, Verbindung zwischen den beiden Gnu-Radios, kann man halt einfach tatsächlich alles komplett übertragen und nichts dagegen tun. Oder zwei Chameleons. Ja. Ähm, jetzt aber tatsächlich zur, nee, das ist immer noch die vorletzte Folie. Ähm, also, jetzt wird's wieder so ein bisschen, ähm, bizarr. Und zwar, ähm, geht's jetzt darum, ähm, Transistoren, ähm, auszulesen. Ähm, was halt, äh, ganz cool ist, dass, was viele Leute nicht wissen, dass halt tatsächlich Transistoren, also, also, wie Elektronen, und die Elektronen irgendwie sausen da rum und irgendwie werden benutzt, um den Transistor zu schalten. Ähm, was halt passiert, ähm, dabei ist, dass halt, ähm, praktisch der Reverse-Effekt vom photoelektrischen Effekt passiert. Das heißt irgendwie nicht, ähm, Strahlung wird in Elektronen umgewandelt, sondern die Elektronen geben halt Strahlung ab. Ähm, und diese Strahlung kann man halt irgendwie, ähm, erkennen. Und das sieht dann so aus irgendwie hier unten. Ja, man sieht's halt auch wieder schlecht. Also, das, was da grad wandert, ist eine, ähm, Abfrage. Also, hier oben ist die, die Adresse, die halt gerade in dem, in dem Flash-Speicher abgegriffen wird. Das heißt, ähm, was hier passiert ist, ähm, man fragt halt eine, äh, einen Flash-Speicher ab und guckt praktisch, ähm, äh, von hinten in dem Fall irgendwie auf den Chip rauf und sieht halt genau, welche Transistoren jetzt schalten. Also, das ist halt irgendwie nicht, nicht ganz so cool, wie es vielleicht irgendwie im, im ersten Moment aus, ähm, ausschaut. Ähm, man kann halt irgendwie nicht jeden einzelnen Transistor bei einer Schaltung, ähm, zu gucken, sondern man muss dann irgendwie halt über 10.000 oder irgendwie 1.000 Schaltungen, äh, Schaltungsintervalle, ähm, das aufintegrieren, ähm, aber zum Beispiel so, ähm, Implementierung von, ähm, Verschlüsselungsalgorithmen, so AIS, wo man irgendwie einfach sagen kann, macht doch mal jetzt irgendwie den AIS irgendwie an, dann resetet man die Karte, macht dann nochmal den AIS an, macht das irgendwie halt 1.000 oder 10.000 Mal, guckt halt irgendwie den Chip dabei zu, ähm, und kann halt im Endeffekt dann halt wirklich genau sagen, ähm, wo der Schlüssel jetzt gerade, also welche Bits in dem Schlüssel gerade geschrieben werden oder ausgelesen werden. Ähm, und das ist tatsächlich, tatsächlich irgendwie relativ fancy, ähm, aber halt irgendwie, also da ist das, ähm, hier zur Frage, dass der, der Finanzierungs oder der finanziellen Mittel, da liegen wir halt irgendwie auch eher so im Bereich von, ähm, gut fünfstellig, aber halt auf jeden Fall irgendwie machbar, also gerade wenn man irgendwie an so einer Uni ist und ein bisschen, irgendwie Projektgeld hat, kriegt man das irgendwie auch auf die Reihe. Jetzt aber wirklich zur letzten Folie, ähm, zum Thema, ähm, Chip-Hacking, ähm, das sind die sogenannten Fault Injections, also bisher haben wir ja irgendwie immer nur den Chip einfach machen lassen, was er machen wollte und ihn dabei zugeguckt, ähm, was man allerdings auch machen kann, ist, man kann halt versuchen, die Berechnung, die er intern tut, ähm, zu manipulieren und, ähm, hier bietet sich halt zum Beispiel, ähm, ein Laserpuls an, also jetzt hier wieder so, ähm, der Fotoeffekt, äh, photoelektrische Effekt, das heißt, man schießt halt mit Photon, ähm, auf den Chip, während er irgendwie Sachen abarbeitet und dadurch, dass man halt zu einer gewissen Zeit irgendwie eine Transistorzelle trifft, macht die dann halt irgendwie Dinge, die sie nicht tun soll, das heißt irgendwie, der schaltet eigentlich nicht, aber dadurch, dass dann gerade Elektronen erzeugt werden in dem Transistor, schaltet er dann irgendwie doch, ähm, und damit kann man halt, ähm, relativ gut, ähm, oder ja, also wie auch immer, also man kann auf jeden Fall, ähm, so gerade bei, ähm, Implementierung von Krypto-Algorithmen ist halt irgendwie so, dass wenn du halt, ähm, die Krypto-Algorithmus, ähm, störst in einer von den, ähm, Stufen, kannst du halt relativ schnell dann irgendwie den Kiros extrahieren. ja, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich sehe schon, dass die Zeit relativ, ähm, weit fortgeschritten ist und wir irgendwie natürlich auch noch zur, ähm, Biometrie kommen müssen, ähm, werde mich aber hier relativ kurz halten dann, ähm, ähm, die, ähm, drei Angriffsmöglichkeiten oder Angriffspunkte für biometrische Systeme sind irgendwie einmal die Datenbank, also da, wo halt die biometrischen Templates gespeichert sind, ist auf der anderen Seite die, äh, Kommunikation, also praktisch irgendwie der Sensor, ähm, Fingerabdrucksensor und ein Rechner irgendwie müssen ja miteinander reden, das heißt, du hast da irgendwie in der Regel so USB-Pakete, die halt irgendwie durch die Gegend flitzen und der dritte Angriff, also halt so das Meisterwerk von irgendwie Biometrie-Hacking ist halt irgendwie der Angriff unter Ausnetzung des Sensors, das heißt, man muss halt irgendwie nicht den USB-Stecker rausziehen oder irgendwie den Rechner vorherhacken, um an die Datenbank zu kommen, sondern einfach, man benutzt den Sensor, der halt irgendwie eh schon vom System benutzt wird. Ähm, zum Sniffing, also hier ist irgendwie so ein, ähm, Fingerabdrucksensor, der irgendwie früher in Thinkpads verbaut wurde, ähm, und hier seht ihr mal tatsächlich die, ähm, die Daten, die wir da aus dem USB-Strom raus extrahiert haben, ähm, in der Mitte halt noch so mit ganzen Header-Files, das heißt, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn man die Header-Files ähm, wegschmeißt, kriegt man irgendwie halt wunderbare, ähm, Fingerabdrücke, die man natürlich zum, ähm, Attrappenbau benutzen kann, kann man allerdings, ähm, auch, äh, dazu benutzen, also wenn man den Fingerabdruck austauscht und, äh, in den, ihn wieder in den, ähm, USB-Strom einschleust, kann man irgendwie halt auch direkt auf dem, ähm, USB-Strom oder auf dem, ähm, USB dann halt praktisch den Angriff, starten, also in dem Fall ist es halt eine, auch wieder eine Replay-Attack, ähm, ähm, und auch wieder sehr schlecht zu sehen, also da unten ist irgendwie so ein Arduino-Board, ähm, da wird jetzt gerade das, ähm, Arduino-Board angeschlossen, ähm, das Arduino-Board, äh, implementiert praktisch den, den, den externen Fingerabdrucksensor, zeigt jetzt hier irgendwie, ah, da ist der Sensor jetzt angeschlossen, jetzt führ doch mal den Sensor, äh, den Finger rüber, aber statt den Finger rüber zu ziehen, drücken wir einfach nur diesen Knopf, und der sagt irgendwie, äh, vielen Dank. Also das heißt irgendwie, was passiert ist irgendwie, haben halt im ersten Schritt, ähm, praktisch mitgesnifft, was, was irgendwie der Sensor halt übertragen hat, haben das dann nachimplementiert in diesem Arduino und es ist dann irgendwie einfach auf Knopfdruck wieder eingespielt und so das System gehackt. Ähm, ja, die, ähm, meisten werden wahrscheinlich irgendwie die, die letzten Folien schon kennen, ähm, vom Kongress oder sowas, ich, ähm, werde es trotzdem nochmal irgendwie erzählen, wenn es halt um, um Biometrie geht, also Biometrie ist in der Regel, ähm, oder irgendwie das Biometriehacken unter Ausnetzung Sensors, irgendwie ist in zwei Teile unterteilt, einmal in die Beschaffung des, äh, Merkmals und dann einmal irgendwie tatsächlich die Nachbildung, und bei Fingerabdrücken gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, ähm, diese Merkmale zu beschaffen, ähm, hier ist es halt, oder in dem Fall hier unten irgendwie, ähm, Schäuble war das damals, der, ähm, bei einer, äh, an der TU mal irgendwie eine, eine Rede gehalten hat und dann wie halt auch so ein Wasserglas hatte und das hat er dann halt nach stehen lassen und dann sind wir halt irgendwann, also nach der Veranstaltung, als er weg war, irgendwie hingegangen, haben uns dieses Glas geklaut und haben dann irgendwie halt die Fingerabdrücke sichtbar gemacht, ähm, hier mal so irgendwie zwei Verfahren, ähm, das oberste, irgendwie kennt wahrscheinlich jeder von euch, der irgendwie schon mal ein Krimi gesehen hat, man nimmt irgendwie so Farbpulver und einen Pinsel und streicht das irgendwie halt rüber, Problem dabei ist, dass man die, ähm, die Fingerabdrücke, ähm, dabei im Zweifelsfall irgendwie zerstört oder zumindest beschädigt, ähm, deswegen hat sich irgendwie irgendwie das untere Verfahren durchgesetzt, ähm, wo man Sekundenkleber nimmt, ähm, das einfach irgendwie so in so einen, ähm, Flaschendeckel einfach reintropft, irgendwie auf den Fingerabdruck draufhält, der Sekundenkleber evaproiert, ähm, verdampft, verdunstet, ähm, und die Bestandteile schlagen sich halt irgendwie an den Fettrücksteigenden nieder und dann hat man halt irgendwie so einen richtig schönen, ähm, weißen Niederschlag halt mit richtig guten Kontrasten, ähm, den man dann halt, ähm, weiter benutzen kann. äh, das Ganze funktioniert nicht nur bei, ähm, ähm, äh, bei einem glatten Oberflächen, sondern irgendwie auch bei Papier, hier so zwei Verfahren irgendwie entweder ein Aminosäureindikator ist auf der linken Seite, ähm, das ist irgendwie Ninhidrin, nimmt man einfach irgendwie einen Alkohol, ähm, aufgelöst sprüht man auf das Papier rauf, das halt gerade vorher jemand angefasst hat und dann sieht man halt irgendwie halt hier die Aminosäuren, die halt in dem Finger Fettrückständen ähm, sind, ähm, auf der rechten Seite ist, ähm, die Zersetzung, also thermische Zersetzung von Fett irgendwie noch viel einfacher, man nimmt irgendwie das Papier, was derjenige angefasst hat, legt es irgendwie halt zehn Minuten bei 150 Grad in den Ofen, ähm, Papier fängt noch nicht an zu brennen, aber das Fett irgendwie halt zersetzt sich und, ähm, sieht man auch, ähm, hier relativ gut, ähm, die Kontraste, die dabei entstehen. Ähm, bei den ganzen Verfahren muss man halt irgendwie früher oder später, ähm, an ein Gegenstand, ankommen, den diese Person irgendwie angefasst hat. Ähm, deswegen haben wir uns, ähm, vor ein paar Jahren, also ich glaub, äh, die Idee kam irgendwann mal auf ein Easter Egg in Basel, glaub ich, also auch schon ewig her, ähm, auf, haben's dann irgendwie auf der ICMP, auf der letzten ICMP mal irgendwie umgesetzt, ähm, haben wir uns so eine irgendwie Kamera genommen und einfach mal irgendwie Fotos gemacht von, von den Finger abdrücken. Ähm, hier auf der linken Seite ist irgendwie aus drei Metern Entfernung, und da drüben sieben Meter Entfernung, das heißt, ähm, tatsächlich so bis sechs, sieben Meter kriegt man auch relativ gute Ergebnisse, ähm, halt einfach nur ein Foto von den Fingern machen und daraus dann den, den Fingerabdruck zu extrahieren und dass es halt nicht nur in so gestellten Szenarien wie irgendwie schönes Wetter auf der ICMP funktioniert, ähm, ähm, haben wir ein paar Monate später, ähm, mit Frau von der Leyen gemacht, ähm, haben einige von euch ja vielleicht irgendwie auch schon mitgekriegt damals, ähm, halt tatsächlich so Bundespressekonferenz, ähm, wir hatten dann, ähm, Fotojournalisten irgendwie gefragt, ob er nicht mal Bock hat, ein paar Bilder für uns zu machen und irgendwie mal nicht die Fresse von Frau von der Leyen, sondern irgendwie die Finger abzulichten, ähm, hat er gemacht, dann kam halt wirklich dieses wunderschöne Bild raus, wo man halt irgendwie halt, ähm, nicht nur ihren Namen noch lesen kann, sondern wie er auch den, den Finger relativ gut sieht, und hier oben, wenn er irgendwie mal, ähm, anguckt, also man sieht tatsächlich die Fingerabdrücke, ähm, relativ gut. Und das Schöne ist, dass halt, ähm, man nicht mal wirklich unbedingt, äh, in der Nähe der Person sein muss, weil irgendwie viele, ähm, Leute inzwischen irgendwie auch, ja, ihre Fingerabdrücke freiwillig im Internet, ähm, ablichten, also irgendwie sucht einfach mal nach Fingertipp und Makro irgendwie auf Google Image Search und ihr findet irgendwie hunderte von, ähm, Bildern oder auf Flickr, wo halt irgendwie, ihr in der Regel sogar noch den Namen von dem Fotografen, irgendwie habt ihr ja gerade irgendwie seinen Finger, ähm, fotografiert habt und irgendwie wunderbare Fingerabdrücke. Ähm, ja, ähm, ich hab ja vorhin gerade erwähnt, irgendwie, das ist halt der erste Schritt, erstmal sich die Daten zu beschaffen. Im zweiten Schritt, ähm, ähm, muss man dann halt die Attrappe draus bauen, ähm, das ist irgendwie auch schon uralt, also irgendwie halt so Holzleim hat sich irgendwie etabliert, ähm, ist dünn, ist relativ unsichtbar, kann man tatsächlich dann irgendwie auch im Supermarkt irgendwie einsetzen, also irgendwie alles, alles schon getestet, ähm, funktioniert irgendwie auch beim, beim iPhone, aber ich glaub den, äh, das Video werde ich jetzt mal überspringen, aber es gab, ähm, tatsächlich, ähm, vor kurzem einen relativ, ähm, coole, ähm, einen coolen Hack, wo sie, äh, druckbare Tinte benutzt haben, um Fingerabdrücke zu reproduzieren. Das ist glaube ich auch ein Video hier. Und da seht ihr tatsächlich auch, dass, also, ähm, das ist halt irgendwie einfach nur ein normaler Tintenpatt, also nicht normal, sondern halt ein normaler Tintenstrahldrucker, wo sie halt die Kartusche irgendwie statt normaler Farbtinte haben sie halt irgendwie Leitnet-Tinte, ähm, ähm, haben dann halt irgendwie einen Fingerabdruck ausgedruckt und irgendwie halt eins zu eins wirklich den Ausdruck irgendwie auf das Telefon gelegt und hat irgendwie halt beim iPhone nicht funktioniert, aber irgendwie bei dem, weiß nicht, was sie benutzt haben, irgendwie halt so das neueste Samsung und irgendwie, ähm, S3 hat irgendwie halt halt funktioniert. Ähm, und da kommen wir jetzt halt tatsächlich irgendwie zum Punkt, ähm, wo das halt irgendwie auch für jeden machbar und vor allem auch für jeden irgendwie in relativ kurzer Zeit machbar ist, einen Fingerabdruck zu fälschen, also halt der iPhone halt von irgendwie damals, den wir gemacht haben, musste man irgendwie Leiterplatten ätzen, das ist dann irgendwie halt alles ätzend, äh, dauert eine Weile, ähm, und hier nimmt man halt im Idealfall ein Foto, nimmt das Foto direkt in Gimp, macht irgendwie ein Schwarz-Weiß-Bild raus, irgendwie spiegelt das noch einmal, druckt es auf diesen irgendwie Spezialdrucker aus und irgendwie hat es fertig, das heißt, das dauert halt wirklich nur noch wenige Minuten, ähm, und man kann halt, ähm, ja, irgendwie mit dem Bild irgendwie oder mit dem Ausdruck dann den Fingerabdruck, ähm, Sensor überwinden. Ähm, ja, Gesichtserkennung, ähm, ist tatsächlich in den meisten Fällen immer noch so einfach, wie es da irgendwie auf der rechten Seite seht oder auf der linken Seite, man nimmt halt irgendwie ein richtig schlechtes Foto. Ähm, ich hab's gestern grad erst wieder irgendwie mit einer Freundin irgendwie ausprobiert, die hat irgendwie so ein, ähm, aktuelles Android mit Gesichtserkennung, wir haben halt irgendwie ein Foto mit meinem iPhone so im dunkelsten irgendwie Partyraum gemacht und irgendwie das iPhone hervorgehalten und irgendwie es hat sich entsperrt, also es ist halt immer noch total grausam und wie keiner, keinerlei Sicherheit. Ähm, die einzige Sicherheit oder so, ähm, ähm, anscheinende oder scheinbare Sicherheit, die sie irgendwie versuchen zu implementieren, ist, dass man noch irgendwie den Kopf bewegen muss, ähm, also halt irgendwie so Bewegung, ähm, um halt nicht einfach nur ein Foto davor zu halten, ähm, kann man halt irgendwie auch, dann nimmt man halt kein Foto, sondern ein Videosequenz, wo halt irgendwie der Kopf geschüttelt wird, äh, oder noch viel cooler, ähm, was ich irgendwie damals mit einem Kollegen gemacht hab, irgendwie ist es so, dass die Software, ähm, nicht Kopfbewegungen irgendwie verlangt, ähm, sondern das Blinzeln der eingelernten Person, ähm, hier erst mal so ein Kollege, äh, guckt rein, jetzt seht er gleich da oben, ist so ein blaues Auge, Gesicht wird erkannt, und jetzt sagt er irgendwie, Blinzeln mal, er blinzelt einmal, ähm, und das Blinzeln wird halt irgendwie als Lebenderkennung, oder als, da ist irgendwie kein Foto davor, sondern halt irgendwie ein lebender, lebender Person gewertet, ähm, ähm, was wir gemacht haben, ähm, ist ein Foto genommen, und jetzt versuchen wir halt, dieses Blinzeln mal zu emulieren, und, das Ganze mit einem normalen Stabilo-Stift, übrigens halt irgendwie einmal kurz vor die Augen, ähm, er sieht halt irgendwie nicht mehr die schwarzen Pupillen, sondern irgendwie halt den hautfahrenden Stabilo-Stift, der irgendwie sich davor bewegt, und denkt, ach, na cool, dann hat er ja doch geblinzelt, und muss halt doch eine echte Person sein. Ähm, ja, die, die, der, äh, der, 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 die Zukunft geht in Richtung irgendwie 3D-Erkennung, ähm, und das sind irgendwie so, ähm, gerade Sachen, wo ich irgendwie aktuell, ähm, dran sitze, mal zu gucken, ähm, halt mein, mein Gesicht in drei Dimensionen, äh, in drei Dimensionen irgendwie nachzubilden, irgendwie hier auf der, linken Seite ist irgendwie ein 3D-Druck, also wir testen halt gerade mal verschiedene, ähm, Scan-Verfahren, also eine Kinect, oder irgendwie halt so mit verschiedenen, ähm, Structured Light irgendwie einfach mal zu gucken, ähm, welche da die guten, guten Auflösungen machen, aus welcher Entfernung man irgendwie die Daten noch nehmen kann, um, ähm, Gesicht, also einen, ähm, Kopf nachzubilden. Ähm, auf der rechten Seite ist irgendwie so ne, so ne Halloween-Maske, Maske, ähm, die halt tatsächlich irgendwie auch relativ zuverlässig irgendwie erkannt wird, also das heißt, ähm, das ist auch nicht, nicht mehr wirklich sicher, ähm, kommt sicherlich dann später irgendwann ein bisschen mehr dazu, wenn, wenn es soweit ist. Ähm, ja, ähm, letzte, äh, letztes piramidisches Verfahren, ähm, Iris-Erkennung, ähm, das gleiche, was wir bei den, bei der Gesichtserkennung gemacht haben, ähm, auf der ICMP haben wir es auch mal für Iris-Erkennung gemacht, das heißt, wir haben halt irgendwie auch in, ähm, uns hingesetzt mit der Kamera und einfach mal irgendwie die, das Gesicht, beziehungsweise versucht, das Auge zu fotografieren, aus verschiedenen Abständen, ähm, und, ähm, haben festgestellt, dass man, bis zu, ähm, sechseinhalb Meter mit dem, ähm, Fotoapparat, also das war irgendwie so eine Canon D1X mit einem zweieinhalb Millimeter Objektiv, also irgendwie sowas, was halt normalerweise gute, ähm, oder irgendwie so Hobbyfotografen, wenn sie ein bisschen mehr Geld ausgeben, ähm, benutzen können, ähm, haben das Ganze, also haben wir irgendwie Bilder gemacht, wie gesagt, so aus sechseinhalb Metern, ging es noch ganz gut, haben es irgendwie auf einen 1200 TPI Drucker ausgedruckt und dann mal vor so ein System gehalten. Oh, ist das alles so dunkel. Identification completed. Also hier wieder war gerade, mein Auge gezeigt, das ist der Ausdruck. Identification completed. Ähm, und auch hier, also ihr seht, ähm, tatsächlich, äh, ein Ausdruck reicht irgendwie immer noch aus, ähm, um dieses System zum Beispiel, und das hatten wir halt kein billiges System, irgendwie hat halt irgendwie 1500 Euro gekostet, ähm, tatsächlich, ähm, tatsächlich, ähm, zu überwinden. Ähm, sieht natürlich ein bisschen doof aus, ähm, wenn man halt irgendwie vor so einem System steht, irgendwie Blatt Papier irgendwie rumwedelt. Äh, von daher, ähm, ähm, auch mal andere, ähm, Ideen gehabt, wie man halt, ähm, noch halt irgendwie andere Iris-Muster irgendwie in, in sein eigenes Auge reinbringen kann. Das ist natürlich irgendwie, Kontaktlinsen bieten sich da an. Ähm, das ist halt jetzt hier so eine Artificial Iris auf einer Kontaktlinse, ähm, aber es gibt sehr wohl, ähm, 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 Hersteller, die halt, denen du halt ein Foto schickst und die dann halt irgendwie dieses Foto auf eine Kontaktlinse drucken, was man sich halt irgendwie ins eigene irgendwie Auge reinmachen kann. Ist halt nicht wirklich billig, ähm, aber wer halt ein bisschen mehr Geld ausgeben will, ähm, kriegt auf jeden Fall eine neue Identität, was irgendwie Iris-Erkennung betrifft, irgendwie, und halt auch insoweit, dass man es halt wirklich tatsächlich nicht, bemerken kann. Also, da kann man halt, ähm, also halt, wenn es das Auge tatsächlich, also die Iris-Struktur auf der, ähm, auf der Kontaktlinse drauf ist und man die im Auge hat, sieht man einfach nicht, dass da irgendwie gerade eine Kontaktlinse benutzt wird. Ähm, das Gleiche, was wir, ähm, vorhin mit Frau von der Leyen gemacht haben, ähm, haben wir in dem Fall irgendwie auch mal mit unserer Bundeskanzlerin gemacht, ähm, auch wieder, ähm, Canon D1X, also irgendwie so diese Standard-Fotografierkamera, ähm, jemand bei der Bundespressekonferenz oder Bundeskanzleramt war's gewesen, äh, ein bisschen besseres Objektiv, so aus fünf Metern Entfernung, ähm, aber halt auch, ähm, relativ gute Bilder, sieht man leider auch irgendwie nicht bei dem Beamer, relativ gute Bilder von der Iris, gekriegt, äh, ähm, aber auch hier, ähm, das Problem, ähm, man muss halt schon, äh, in die Nähe von, von der guten Frau kommen, aber gerade was so Parteien betrifft, die sind natürlich auch immer sehr offen, ähm, was ihre, ähm, die Bilder von, von ihren Persönlichkeiten betrifft, ähm, ähm, vielleicht etwas, äh, äh, angewimmig, die Bilder von der Welt wegkommen. Genau. Ähm, auf jeden Fall, die bieten halt irgendwie auch wunderbar hochauflösende, ähm, Grafiken von, von Augen, von ihres Mustern, in dem Fall halt irgendwie war's ein, ähm, 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 so ein Parteienwerbeplakat. So, ähm, ich bin jetzt fast durch, ähm, ich hab vorhin irgendwie, während, ähm, Wazer einen Vortrag gemacht hat und irgendwie meinte irgendwie, hier, ich spiel grad daran rum, wollt ihr irgendwie nicht mithelfen, ähm, dachte ich mir, na, dann kann ich auch noch mal irgendwie kurz erzählen, was ich grade mache, vielleicht hat ja jemand irgendwie Bock, da irgendwie mitzuspielen. Ähm, das ist einmal auch schon seit, ähm, relativ langer Zeit, ähm, die Wehenerkennung. Ähm, also wer, wer Bock hat, ich kann da irgendwie auch noch mal bessere Bilder zeigen. Ähm, hier, ähm, wie auch vorhin, ähm, USB gesnifft, das heißt irgendwie, man, ähm, kann tatsächlich die Bilder, die dieses System, also die Venenbilder, ähm, extrahieren und, ähm, das, woran es grade hapert, ist irgendwie halt aus diesen Venenbildern, die halt relativ, ähm, schwach Kontrast, ähm, reich, oder relativ wenig Kontrast haben, irgendwie dieses Venenmuster mal zu extrahieren. Also hier drüben ist so mal der, der erste Versuch, sieht inzwischen schon ganz gut aus, aber irgendwie, ähm, es gibt da so, äh, Verfahren, die die Systeme auch benutzen, um halt irgendwie aus diesen, äh, wenig kontrastreichen, ähm, Bildern tatsächlich, äh, die Venen zu extrahieren. Ähm, also wenn jemand, äh, Bock hat, da mal sich ein bisschen, äh, mit grafischer, ähm, Aufhübschung, auseinanderzusetzen, kann er gerne mal irgendwie vorbeikommen. Ähm, und das zweite System, wo ich grad dran sitze, ähm, ist ein richtig guter Fingerabdrucksensor, also bisher war es halt so, äh, wenn ich halt irgendwie so einen Fingerabdrucksensor in die Hand gekriegt hab, war ich irgendwie halt meine Holzleimertrappe genommen oder irgendwie wie beim iPhone, halt ein bisschen eine aufgehübschte Rollzleimertrappe mit, ähm, geätzt und mit einem Grafitspray besprüht, aber irgendwie halt alles halt innerhalb von wenigen Stunden kaputt gewesen. Ähm, nicht so bei, ähm, diesen schicken System. Und was bei dem besonders ist, die haben, äh, also es funktioniert, ähm, optisch und zwar nicht nur mit einer Wellenlänge, sondern sie haben irgendwie verschiedene Wellenlängen, mit denen sie halt den Finger, äh, bestrahlen, der irgendwie aufgelegt wird. Und, ähm, hier in der oberen Reihe ist tatsächlich mein, mein echter Finger und die Untensachen sind halt so, die Attrappen, wie ich mal gegengehalten hab. Und man kann halt relativ gut sehen, dass, ähm, sich das, das Spektrum von den, von den ganzen Fakes halt, ähm, wirklich, ähm, relativ deutlich von dem Fingerabdruck, also von dem rechten Finger, echten Fingerabdruck irgendwie unterscheidet. Ähm, ich hab den, den Sensor leider nicht mit, ähm, aber, ähm, kann auf jeden Fall mal bei Gelegenheit, also wenn ihr mal in Berlin vorbeikommt oder, ähm, jemand eine gute Idee hat, was man für Material benutzen kann, was halt, ähm, relativ ähnlich der Haut ist, irgendwie einfach mal Bescheid sagen, dann kann ich irgendwie mal eine Trappe daraus bauen und mal versuchen, ähm, die Attrappe auf den Sensor raufzulegen. Ähm, und mal gucken, ob er tatsächlich dann, ähm, ähnlicher aussieht wie der, wie der echte Fingerabdruck. Ähm, ja, das sind so irgendwie die, die zwei Sachen, ähm, wo ich grad ein bisschen dran rumbastle und ansonsten, ähm, kann ich dir sagen, wenn meine Maus hier rüber rennt? Uah, kann ich dir nicht sagen. Doch, jetzt kann ich dir sagen. Ähm, Moment. Also das obere ist halt ein normaler Finger. hier hab ich mal meinen Finger mit so einem gelben Magic-Marker bemalt. Ähm, einfach mal irgendwie zu gucken, wie die Unterschiede sind. Also der wurde halt, ähm, auch nicht mehr erkannt. Das heißt, irgendwie halt nur eine ganz dünne Schicht an irgendwie Farbveränderungen zeigt hier, ähm, dass es halt nicht mehr funktioniert. Also das ist halt so ein Verfahren, was man benutzt, wenn man halt irgendwie keine Attrappe findet, die funktioniert. guckt man halt erst mal, wie man seinen Finger manipulieren kann, dass halt nicht mehr erkannt wird, was noch erkannt wird, was nicht mehr erkannt wird. Ähm, also hier war es tatsächlich einfach nur so ein Magic-Marker. Und das ist, ähm, weiß, äh, weißes Silikon. Und das hier unten ist Latex-Milch. Also ich hab irgendwie so eine Liste von irgendwie, ich glaub, sechs, sieben, acht Dingern, die ich mal probiert habe, die halt alle, ähm, nicht so schön aussehen. Oder jedenfalls nicht so aussehen, als wenn sie erkannt wurden. Also wie gesagt, bisher hab ich irgendwie noch nichts gefunden, was funktioniert. Wenn jetzt, äh, ja, es ist relativ einfach, seinen eigenen Finger, nicht mehr lesbar zu machen, äh, wird dann auch das Problem aus, dass der, dass der eigene Finger durch Zeitentwirkung, Raumtemperatur oder was weiß ich, sonst auch, äh, äh, ne, tatsächlich nicht. Also das, das System ist wirklich irgendwie relativ zuverlässig. Also, ähm, ich hab irgendwie auch so meinen Finger mal irgendwie eine halbe Stunde abgebunden und also unsere, die kruden Sachen probiert, die man, die man halt macht oder nicht machen sollte. Ähm, und tatsächlich halt echter Finger wurde halt regelmäßig erkannt, aber irgendwie alle Attrappen, die ich halt irgendwie jemals probiert habe, wurden halt immer zuverlässig auch als, ähm, als Attrappe erkannt. Es ist relativ schwierig, also er hat halt irgendwie so Werte, die halt die Echtheit des Fingers anzeigen. Irgendwie einmal ist fünf, ist ein echter Finger und irgendwie 5000 ist ein falscher Finger und es ist sehr schwierig, halt ein Mittelmaß zu finden. Also es ist entweder halt wirklich fünf irgendwie ein echter Finger und sobald halt auch nur leichte Veränderungen machst, kommst du halt irgendwie gleich auf die, auf die 5000 runter. Ähm, das heißt, das Verfahren ist relativ, ich meine, man sieht auch einfach, dass die Unterschiede, also halt gerade hier so, ähm, bei den beiden Verfahren, ist halt dieses, dieses mittlere Bild, ähm, wo halt einfach die Farbe eindeutig nicht stimmt. Also ich vermute mal, dass ich nur die Farbe benutzen, um halt die Haut, ähm, zu identifizieren. Ähm, aber das ist halt, also man, ich bin mir sicher, es gibt ein Material, aber das Material muss man erst mal finden. Wann hat man das nachvollziehen, oder? Äh, ich hab auf jeden Fall mal Gaugummi raufgelegt, ähm, hab ich, weiß nicht, ob ich ein Bild gemacht hab, aber hat auf jeden Fall auch nicht funktioniert. Gleich, nein. Ähm, Also wenn du es, wenn du es nicht zu schlimm machst, ähm, wird es tatsächlich noch, also so ein, so ein kleiner Schnitt, irgendwie geht auf jeden Fall noch. Ähm, aber das, das ist ja, ähm, also zumindestens finde ich das nicht interessant, irgendwie den Finger so, ähm, unbenutzbar zu machen. Da gibt es irgendwie andere, andere Möglichkeiten. Ja, vielleicht kann man das, das Schlecht von beeinflussen, wenn man, äh, halb durchsichtiger Erfahrung hat und die hinterlegt ist. Ja, 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 kann man auf jeden Fall mal. Also bei, bei dem Scanner nicht, ich hab's bei alten Scannern mal probiert und, ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, das nie wieder machen zu wollen, ähm, weil, weil tatsächlich, also ich bin irgendwie damals mit so richtig Schmuggelpapier halt so, bis, es hat angefangen zu bluten und man hat irgendwie nichts mehr kannt und der Sensor hat mich weiter, also hat den Finger weiterhin noch irgendwie lesen können. Das heißt, irgendwie so abschmürgeln, ähm, halte ich nicht für praktikabel. Ähm, nö, das ist tatsächlich die, die Farben, die er da hat. Also er hat halt irgendwie, er leuchtet mit, ähm, weißen LEDs an. Also es, du kannst dir irgendwie auch, ähm, den Sensor, ich glaub, ich hab sogar Bilder gemacht vom Aufgeschraubten. Ähm, er hat halt irgendwie, ähm, auch von verschiedenen Winkeln, das heißt irgendwie hier, also gerade diese Sache mit halt, ähm, dass du halt nur an der Oberfläche irgendwas machst und irgendwie, er kennt er relativ gut, also er hat halt eine LED, die halt wirklich sehr flach einstrahlt, das heißt, die hat irgendwie wirklich nur so die, ähm, tief, also die obere Hautschicht beleuchtet und dann halt irgendwie eine andere LED, die von unten einstrahlt und dann irgendwie auch noch, ähm, mehr ins Rote, ähm, also halt dieses, dieses Lidene halt. Ähm, und halt rotes Licht dringt auch irgendwie tiefer an die Hautschicht ein, das heißt, der misst dann eher die tieferen Hautschichten, ähm, also ist halt auf jeden Fall schon relativ advanced. Ähm, nee, das Problem ist, dass du halt zwei Farbfilter bräuchst, also er nimmt halt zwei Wellendinge und du kannst es halt irgendwie nicht so schnell irgendwie austauschen. Ähm, also ich glaube, sie, sie nimmt tatsächlich die unterschiedlichen Frequenzen halt, also sie haben halt einfach, also sie haben halt, ähm, weiße LEDs, ähm, und dann halt mit, mit verschiedenen Farbfiltern und halt einfach tatsächlich geguckt, äh, mit welchen Farben sie halt tatsächlich gut haut von, ähm, anderen Materialien. Also ich hab mich mit denen auf einer, auf einer, auf einer, äh, äh, Konferenz mal unterhalten und sie meinten, sie haben tatsächlich intern eine Datenbank von, also die Zahl war unglaublich groß, irgendwie mehrere hundert, irgendwie Fake-Samples, die sie halt tatsächlich farbwertmäßig irgendwie abgleichen dagegen und die Farben sind tatsächlich irgendwie nicht um Sauerstoffgehalt irgendwie was zu messen, sondern halt wirklich nur zu gucken, ähm, also halt wie, wie die Reflexionseigenschaften für die unterschiedlichen Materialien sind. Auf jeden Fall gut der Punkt, ähm, das Problem ist, ähm, also du bist hier tatsächlich in Strukturweiten von unter 100 Mikrometern, das heißt, CAC-Fräse ist, ähm, auf jeden Fall grenzwertig irgendwie Laser, ähm, ähm, Dings da, Laser, 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 Laserplotter, hatten wir schon mal überlegt, ähm, noch nicht probiert, ähm, steht, ähm, auf dem Plan auf jeden Fall noch. Ja, aber, also ich vermute mal, dass das sind natürlich die Sachen, die sie irgendwie zuerst probiert haben, ähm, und in ihrer Datenbank haben, ähm, vor allem also halt nur, weil es für dich als, ähm, also mit einem Auge, menschlichen Auge halt so aussieht wie Haut, heißt es noch lange nicht, dass es irgendwie auch für das System irgendwie wie Haut aussieht, ähm, aber natürlich irgendwie, wenn man halt irgendwie an so Sachen rankommt, kann man mal, da hinten erst. Also wie gesagt, du musst, du musst halt natürlich irgendwie erst mal die, die Fingerabdrücke da reinbringen, ähm, ist auf jeden Fall, also steht so als, als nächstes auf dem Plan irgendwie mal, also mit einem Laserplotter war die Idee, ähm, da halt mal irgendwie mal die, man kann natürlich irgendwie einfach mal so eine, so eine Wiener sich kaufen und einfach mal rauflegen und mal gucken, wie, wie die, wie die Farbe aussieht, das ist natürlich richtig. und dann auf, auf die, auf die Wiener rauf, oder was? Was hast du denn für Stempel? Rasierklingstempel? Ja, aber ich meine, du hast ja den Medienabdruck, diese Löschung, und dann ist das zu, dass halt irgendwie, mit dem Material, was du dann richtig aufherset, äh, dann hast du Stempel, das ist genau das Problem, also der, das Material muss halt, äh, die Eigenschaften haben, die du halt irgendwie, also hautähnlich. Ja, aber du musst, du musst ja in diese Pelle halt irgendwo, die, die, die Fingerabdruck, das Fingerabdruckmuster reinkriegen. also du meinst, so eine Leiterplatte nehmen und einfach irgendwie mal raufbringen. Okay, ähm, ich glaube, ähm, wer, wer noch weiter diskutieren will, also ich mach einfach mal Schluss hier, wir können uns gerne draußen, ähm, beim Chunk oder irgendwie die nächsten Tage irgendwie nochmal drüber unterhalten. Ich seh schon, hier gibt's noch viele coole Ideen, die würde ich mir dann auch gerne irgendwie aufschreiben. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Applaus